YouTube, was geht, was geht, was geht? Wie geht's euch allen? Ich hoffe doch gut, eure Nachrichten wurden erhört und ich hab mir gedacht, ich mach jetzt endlich mal ein Video dazu, wie ihr aus der Kamera eures Smartphones das Beste rausholen könnt und somit auch die besten Fotos machen könnt. Ihr habt mir unzählige Nachrichten auf Instagram, TikTok und Facebook, überall YouTube geschrieben und gefragt, hey, was kann man eines mit dem Smartphone machen? Hast du da ein paar Tipps und ein paar Tricks dafür? Und das Ganze seht ihr jetzt in diesem Video. Bevor wir anfangen, möchte ich einmal ganz kurz, dass ihr hier oben, glaube ich, da ist das, abstimmt. Was haltet ihr von diesem neuen Bildlook? Ist der nicht crispy, sexy? Einfach mal Daumen hoch, Daumen runter oder ja, nein, ich weiß noch nicht genau, wie wir das Ganze da oben gestalten werden. Ihr kriegt das schon hin. Wir sehen uns jetzt gleich nach dem Intro. Die Kameras der Smartphones werden immer besser und deswegen sagen natürlich auch viele Leute, hey, ich brauche gar keine richtige Kamera mehr, mir reicht mein Handy für gute Fotos. Und ja, klar, ist auch so, nur leider benutzen diese Kamera sehr, sehr viele Menschen einfach nicht so, wie man sie benutzen kann, um das Bestmöglichste rauszuholen. Und wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, hier wird nicht lange um heißen Brei geredet, deswegen, wir fangen einfach direkt an, Tipp Nummer 1. Eigentlich sollte man das gar nicht dazu sagen, aber leider muss man das doch machen. Bevor ihr anfangt zu fotografieren, reinigt eure Linse, ja. Ich sehe das so oft bei Leuten, die holen ihr Handy raus, machen einfach ein Foto und wenn man dann hinten auf die Linse rauf guckt, dann sind da irgendwelche Fettflecken von den Fingern drauf, wenn man da folgendwas gegessen hat. Da ist Staub drauf, keine Ahnung. Und einfach kurz Mikrofasertuch nehmen, rüberwischen, vielleicht einen kleinen Pinsel, das Zeug kostet 1 Euro, 2 Euro auf Amazon, kurz rüberpinseln. Das ist gleich erledigt und ihr werdet sehen, eure Fotos sehen sofort. Und da müsst ihr ja nicht mal irgendwas können. Sofort um einiges besser aus. Tipp Nummer 2. Wählt das richtige Bildformat aus. Die meisten Smartphones heutzutage haben mittlerweile die Möglichkeit, dass man zwischen JPEG und RAW wechseln kann. JPEGs und RAWs sind im Endeffekt einfach nur eure Fotos. Nur eine RAW-Datei ist eine komplett unberührte, große Fotodatei, sag ich jetzt mal. Da habt ihr einfach alle Bildinformationen noch drin vom Fotografieren. Und ein JPEG, das ist in den meisten Fällen voreingestellt in Smartphones, ist das gleiche Foto, nur komprimiert. Ein RAW-Foto hat zum Beispiel, ich sag mal, ungefähr zwischen 20 und 30 MB an Dateigröße und ein JPEG hat 5 bis 10 MB im Schnitt. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, dass euer Foto, das ihr geschossen habt, einfach komplett komprimiert und kleiner gemacht wird. Warum? Damit ihr mehr Fotos auf euer Smartphone bekommt. Der größte Nachteil allerdings, ihr habt so gut wie keine Möglichkeiten, das Foto zu bearbeiten, weil ihr einfach keine Bildinformationen mehr habt. Und wenn ihr jetzt in RAW fotografiert und ihr macht ein Foto und das ist aber viel zu hell belichtet oder viel zu dunkel, dann könnt ihr das in zum Beispiel Lightroom Mobile, die App ist kostenlos für Android und für Apple, nachbearbeiten und könnt das ganze Bild heller machen, dunkler machen. Ihr könnt wieder die Details zurückholen, die ihr bei Fotografieren verloren habt. Warum? Weil diese Informationen noch auf dem Foto, auf der Datei gespeichert sind. Bei JPEG ist das, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwer und sehr unwahrscheinlich, dass man da noch ein schlechtes Bild retten kann. Deswegen stellt in euren Einstellungen unbedingt, wenn ihr es nicht einfach mal irgendwie einen schnellen Stabschluss macht, sondern wirklich gute Fotos machen wollt. Von JPEG auf RAW um, ja, ihr werdet dann weniger Fotos machen können, weil euer Speicher schneller voll wird, aber ihr werdet dann bei der Bearbeitung sehen, auch wenn es nur ein Filter ist, den ihr rüberzieht. Ihr habt viel mehr Möglichkeiten und das Ganze sieht viel, viel besser aus. Wenn euer Smartphone die Funktion noch nicht besitzt, zwischen JPEG und RAW zu wechseln, dann holt euch einfach eine andere Fotografie-App. Zum Beispiel Lightroom Mobile und ich sage das immer wieder, nein, ich habe keine Kooperation mit Adobe oder sowas, aber ich finde die App einfach nur super für ein Smartphone und sie ist, wie gesagt, kostenlos. Es gibt zwar ein Abo-Modell, aber das braucht eigentlich kein Mensch. Da habt ihr auch die Möglichkeit, direkt von der App aus zu fotografieren. Ihr habt quasi, wenn eure Kamera noch keinen Pro-Modus hat, habt ihr durch die App einen Pro-Modus. Und da könnt ihr auch manuell belichten, ISO einstellen und eben in RAW fotografieren. Tipp Nummer 3, aktiviert die Gitter. Warum? Das werdet ihr jetzt dann in einem späteren Tipp nochmal erfahren, was der eigentliche Grund dafür ist. Aber abgesehen davon ist das immer gut, Gitter zu haben. Wenn ihr zum Beispiel Landschaften fotografiert, seid im Urlaub, habt ein Meer, habt eine schöne Landschaft, was weiß ich, dann könnt ihr euch einfach anhand der Linien orientieren und bekommt euer Foto gerade hin. Oder wenn ihr Architekturen fotografiert, irgendwo in der Stadt seid. Ihr habt ja solche Linien, horizontale und ihr habt vertikale Linien. Da könnt ihr euch anhand dieser Linien einfach orientieren und habt euer Foto immer schön gerade. Und müsst dann nicht erstmal immer das alles nochmal nachdrehen. Dadurch müsst ihr irgendwas zuschneiden. Dann geht euch vielleicht irgendwas verloren am Rand, was ihr gerne auf dem Foto hättet. Das muss nicht sein. Aktiviert die Raster. Fotografiert von Anfang an richtig, ohne dass ihr noch irgendwas zurechtschneiden. Drehen müsst, keine Ahnung und you're good to go. Hi. Was willst du? Ähm, du bist doch Eddie, oder? Der dieses Video gemacht hat mit den Smartphone-Tipps. Du bist gerade in diesem Video. Oh, hey, yo. Was willst du? Wer bist du überhaupt? Du hast doch diese Presets fürs Handy gemacht, oder? Da, wo man die Handyfotos einfach schnell verbessern kann. Ich hab mir gedacht, vielleicht kannst du ja das noch in dein Video mit einbauen. Meinst du, ich brauch irgendwie die Hilfe beim Vermarkten der Produkte, oder sowas? Naja. Du bist jetzt in dem Video. Sei glücklich. Du hast mir das nochmal gesagt. Ich erwähne das jetzt gleich nochmal. Und ja, alles gut, ne? Vielen Dank, dass du da warst. Ja, okay. Ciao. Ja, aber ich hab's auch nur gut gemeint. Ich dachte nur, ich helfe dir ein bisschen. Und vielleicht kann man da mal irgendwie so zusammen so ein bisschen kooperieren, oder so. Ist ja gut. Jetzt hör mal auf die Leute hier zu nerven, weil die bestimmt gleich wieder wegschalten werden und dann Daumen runter geben werden. Weil die eigentlich da sind, um das zu lernen. Und nicht für sowas hier, weißt du? Naja, na gut. Okay, mehr wollte ich auch nicht. Ich geh dann wieder, ja? Hat mich gefreut. Also, mal schießen, ne? Ja. Okay. Ja. Ciao. Tipp Nummer 4. Der goldene Schnitt. Eines der wichtigsten Sachen in der Fotografie ist der goldene Schnitt. Was ist der goldene Schnitt? Ich hab euch ja gerade gesagt, aktiviert die Raster. So. Und wir haben ja die vertikalen und die, ne, die horizontalen so und die vertikalen Linien bei den Rastern. Und der goldene Schnitt besagt, dass der Betrachter, wenn ihr ein Foto anschaut, es für schöner empfindet, wenn Objekte oder wenn das Foto generell im goldenen Schnitt liegt. In der Landschaftsfotografie zum Beispiel sagt man, dass der Horizont, ja, Horizont, weiß jeder was das ist, hoffe ich, entweder auf der unteren oder auf der oberen Linie liegt. Quasi zwei Drittel entweder Himmel oder zwei Drittel Land, sozusagen, ja. Nicht, dass man den Horizont in der Mitte vom Foto hat, weil das einfach unruhig fürs Auge wirkt. Und wenn ihr irgendwelche Objekte fotografiert oder Porträts macht, dann sagt man, wenn ihr jetzt das Ganze im Querformat fotografiert zum Beispiel, dass dann das Gesicht oder wenn das Gesicht leicht zur Kamera gedreht ist, dass dann das vordere Auge von der Kamera aus gesehen, immer in einer der oberen Ecken des goldenen Schnitts oder des Rasters quasi ist und dann seid ihr im goldenen Schnitt. Und ihr werdet einfach sehen, dass da das Foto im Ganzen, wenn man einfach nur das Foto anschaut, irgendwie schöner wirkt. Tipp Nummer 5, bearbeitet eure Fotos. Wenn ihr in RAW fotografiert, dann ist das Foto im Vergleich zu JPEG relativ flach, ja, also es ist wenig kontrastreich, ihr habt nicht viele Farben, es sieht relativ düster aus. Das ist aber gut, weil ihr bei der Bearbeitung extrem viele Möglichkeiten habt, als bei JPEG. Ihr müsst dann einfach nur beispielsweise den Kontrast ein bisschen erhöhen, Dynamik ein bisschen erhöhen und schon sieht das Foto aus wie ein JPEG-Foto. Nur habt ihr, wie vorhin schon gesagt, einfach alle Möglichkeiten da, um die Farben, das Licht, den Schatten und so weiter zu verändern, was ihr bei JPEG ja nicht habt. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, ladet eure Fotos dann nochmal in eine Bearbeitungs-App rein. Ist jetzt egal, ob das jetzt Lightroom Mobile ist oder InShot oder was es auch da noch alles gibt fürs Handy. Ladet es einfach da rein und dann spielt erstmal ein bisschen mit dem Kontrast und mit der Dynamik. Und Licht, Schatten, ja, das sind so diese Basics, die man auch am Computer bei Fotobearbeitung macht. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr mit Sachen wie Farben, Filter und so weiter und so fort irgendwie daran rumarbeiten. Aber ihr werdet einfach sehen, selbst wenn ihr nur in RAW fotografiert, einfach nur den Kontrast und Dynamik und sowas ein bisschen erhöht oder anpasst, selbst dann sehen die Fotos besser aus als in JPEG, weil ihr einfach eine bessere Qualität habt. Und Tipp Nummer 6, versucht verschiedene Winkel. Wenn ihr Männer fotografiert, dann ist es immer empfehlenswert, die Kamera oder euer Smartphone von weiter unten her zu benutzen. Warum? Weil ein Mann dadurch einfach größer, mächtiger, maskuliner wirkt. Wenn ihr eine Frau fotografiert, dann ist natürlich dieses von unten fotografieren eher falsch. Da eher frontal oder von leicht weiter oben. Wenn ihr irgendwelche Gegenstände fotografiert, ja, Produktfotografie, dann ist es auch immer empfehlenswert, wenn ihr das Ganze nicht von oben fotografiert, sondern wirklich nah rangeht und von weiter unten. Warum? Weil das Objekt dann einfach größer wirkt, ihr mehr Details vom Objekt seht und mehr das Bild ausfüllt, als wenn ihr einfach nur von oben irgendwie so eine Ecke quasi von dem Objekt erwischt. Das will keiner sehen. Das interessiert sich noch keinen. Das interessiert sich noch keinen. Sprachenlernen Bubble. Versucht irgendwelche anderen Objekte oder Gegenstände vor dem Objekt zu haben, das ihr fotografieren möchtet. Das erzeugt einfach ein bisschen Tiefe und das Bild wirkt interessanter. Oder ihr könnt auch irgendeinen Rahmen sozusagen erzeugen, indem ihr, wenn ihr jetzt Landschaften fotografieren wollt, dann schaut einfach, vielleicht hängt irgendwo ein Ast runter oder sowas. Nehmt den mit ins Bild, aber nur ganz leicht, fotografiert dann quasi unter dem Ast, über dem Ast durch auf das Ziel, das ihr fotografieren möchtet. Und ihr werdet sehen, das ganze Bild hat einfach, ja, man hat einfach mehr zum Schauen. Ja, und das ist ja eigentlich auch der Sinn der Fotografie. Der, der, der Beobachter oder der, der, na, sag's mir doch jetzt. Der Betrachter. Der Betrachter des Fotos soll ja das Foto lange betrachten. Er soll sich darin verlieren und soll das Foto anschauen. Und wenn ihr jetzt irgendeinen Rahmen kreiert, ich nenne das Ganze einfach mal Rahmen, ja, dann wird der Blick sozusagen geleitet vom Auge, automatisch, unbewusst. Ihr habt jetzt als Beispiel hier in der Mitte irgendeine Burg, ja, die ihr fotografieren wollt, habt dann außenrum, hier habt ihr irgendwie einen Ast, da unten habt ihr noch so ein paar Blumen. Nehmt das alles mit ins Bild auf und das Auge des Betrachters fällt dann automatisch in die Mitte, weil es geleitet wird. Und das ist dann quasi wie ein Bilderrahmen sozusagen. Das waren sechs Tipps, wie ihr mit eurem Smartphone bessere Fotos macht, wie ihr das meiste aus der Kamera eurer Smartphones rausholen könnt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Für alle, die sich denken, was ist mit deiner Stimme los? Ja, ich bin etwas verschnupft, aber da sollte uns nicht daran hindern, einfach geilen Content für euch zu produzieren. Wenn ihr was lernen konntet, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, lasst gerne auch einen Kommentar da, damit wir wissen, dass euch das Ganze gefallen hat. Und wenn euch noch irgendwas interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns in Instagram. Checkt unsere anderen Kanäle ab. In diesem Sinne, habt ganz viel Spaß mit der Fotografie, mit eurem Smartphone vor allem. Ja, holt das Beste aus der Kamera raus. Ihr wisst jetzt, wie es geht. In diesem Sinne, wir sehen uns, ich bin raus. Ciao. Ciao.